Willkommen zurück zu Escape from Sansa Thames Dungeon. Wir sind gerade dabei mit den Pferden zu entfliehen. Dankeschön, du setzt dich gerade auf ein Pferd drauf, obwohl ich sie gerade mit der Leine alle hole. Ich habe aber auch noch eine Leine, ich muss sie erstmal hier rausholen. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Auswahl und wir haben Sansa getötet. Leute, wir haben... Nimm am besten die Leine weg, nimm am besten die Leine weg. Guck mal, ich nehme euch alle mit. Ich setze mich mal gerade auf das hier drauf. Nimm am besten mal die Leine weg, weil sonst backen wir hier uns nur durch die Welt. Okay, Moment, ich muss schauen, wie das geht jetzt. Hier rechtsklick, hier rechtsklick und hier rechtsklick. Ich setze mich mal auf mein Pferd drauf. Und was steht hier? Da steht... Congratulations, you have finished the map. Okay, wir haben es geschafft und wir reiten jetzt dem Mond entgegen. Ich kann das nicht so gut lesen, warte. Hier, really? It should be obvious. Okay, es sollte sichtbar sein, dass... Was sollte sichtbar sein? Warum die Map so heißt, sollte sichtbar sein. Ja, das auf jeden Fall. Nach diesem Punkt bist du von der Story. Okay, also nach diesem Punkt hier, bist du nicht mehr von der Story beeinflusst. Okay. Und dementsprechend... Na, bauen, weg. Kreativ Mode. Okay. Und wir können jetzt in den Kreativ Mode gehen, wenn wir wollen. Ich würde sagen, wir reiten einfach noch mal kurz, oder? Thanks for playing. Genau, das ist ein... Oh, da haben... Oh, mein Handy. Oh, oh, nee. Es geleitet uns praktisch hier heraus. Und nicht nur thanks for playing, sondern auch thanks for building, würde ich mal sagen. An denen, der das gebaut hat. Denn die Map hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. War eine super Map. Auf jeden Fall. Äh, die haben sogar zu dem Villager-Dorf hier noch einige Häuser dazu gebaut. Mhm. Ja. Hier, der lieber Marcel reitet auch schon hier an einem Haus vorbei. Oh, ich bin über den Zaun gesprungen hier gerade. Leute, der Sonnenaufgang. Die Sonne geht über Senses Tempel auf. Oh, Moment mal. Ich steige hier mal ab ganz kurz. Einfach, weil... Ich scanne, denn hier steht... Town Hall. Rathaus. Da gehe ich mal rein. Okay, wo? Äh, das ganz große Haus gleich am Anfang. Hier, da. Rechts neben dir. Ähm. Hugo? Äh, was? Wie? Ich komme. Ich komme. Ich bin unterwegs. Ich bin hinter dir. Das ist Golem. Da? Oh. Nicht noch weitere Gefahren hier, bitte. Nee, nee. Golem ist... Gut. Der hilft den Villagern. Hier ist die Town Hall. Hier ist das Rathaus. Da bin ich reingegangen. Hier gibt es dann den Treffpunkt. Da stehe ich dann immer vorne und sage, Leute, ihr müsst mehr ackern. Und dann kommen wir. Wir meutern. Du wirst nicht mehr länger unser... Frächer sein. Dann hier so Konferenzraum. Und da sitze ich dann meistens drin und sage, Leute, ich möchte mehrere Frauen. Und dann kommen die bösen Meuterer. Das war Marcel. Was steht da? Matilda Fairfield. Oh, und hier. Mayor's Office. Victor Rogarty. Ich glaube, die haben da extra Namen eingebaut hier. Da sitzt dann der liebe Marcel und sagt so... Krick. Jetzt ist hier langsamer Schluss, mein lieben Freunde. Wir müssen unsere Grenzen erweitern. Und hier ist das Magistrat mit einer Kiste. Und... Oh mein Gott, Leute. Eineinhalb Stacks Emerald. Guckt es euch an. Ich glaub's nicht. Ich kann noch einen Emerald dazulegen. Vielleicht war das unser... Score? Den wir brauchen? Ich glaub, einen Score gab's nicht so richtig. Gab diese Secrets. Und die waren schon gut, dass es diese Secrets gab. Okay. Auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall toll. Und euch abzuhlst euch reiten und über ihn rüberspringen. Ja, ich würde sagen, wir reiten jetzt alle nochmal ganz kurz ein bisschen... ...in den Sonnenuntergang. Oder Sonnenaufgang. Ein wunderschöner neuer Morgen. Wir sind befreit von Sands Attempts. Dungeon, genau. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Die Folgen zu sehen. Drei oder vier waren es ja jetzt an der Zahl. Vier. Auch wenn die letzte Folge jetzt wirklich nicht mehr allzu lange war. Oh, ich bin ausgebrochen. Hui. Nichtsdestotrotz, danke an dich, Niscario, dass du mit dabei warst. Auf jeden Fall. Hat's super Spaß gemacht. Bin auf jeden Fall auch bei der nächsten gerne dabei. Alles klar. Dann verabschieden wir uns soweit. Und du bist auf deinem Kanal. Also, du hast das letzte Wort. Richtig, und zwar schaut auf jeden Fall bei der Miners 007 vorbei. Das ist ja eigentlich auch ihr Projekt gewesen hier, diese Map. Und sie haben mich so freundlicherweise eingeladen, hier mitzumachen. Auf jeden Fall auschecken. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.